Musik Mit den Rückkehrern Nico Elvedi und Laszlo Benesch hat die Fohlenelf am Dienstag die Vorbereitung auf das Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Augsburg aufgenommen. Elvedi hatte nach einem operativen Eingriff wegen einer Blinddarmentzündung pausieren müssen. Es ist alles so schnell gegangen. Klar war es ein blöder Moment, direkt in der Vorbereitung. Aber es hätte auch schlimmer sein können, z.B. mitten in der Saison, wo ich im Urlaub war und da ich einen wirklich guten Arzt hätte. Ich bin jetzt froh, dass er raus ist. Jetzt kann nichts mehr passieren und kann in Ruhe zu Hause sein und nicht die Angst haben, dass da noch was entzündet ist. Und Nico kann wieder trainieren. Ja, ich bin jetzt gestern eigentlich wieder vor ins Mannschaftstraining eingestiegen. Fühle mich sehr gut, eben ohne Probleme, keine Schmerzen. Konditionell fällt vielleicht noch ein bisschen, aber das wird dann auch in den nächsten immer besser sein. Natürlich will Nico so schnell wie möglich auch wieder eine Alternative für die Mannschaft sein. Seine Kollegen waren nach dem Sieg gegen Leverkusen übrigens richtig gut drauf. Sehr gut doch. Jetzt auch beim Spiel, wo ich gesehen habe, muss ich sagen, wirklich eine richtig gute Mannschaft, die sehr gut gespielt hat. Ich freue mich, wieder dabei zu sein und mit dieser geilen Truppe Fußball spielen zu können. Noch nicht so weit wie Elwedi sind Lars Stindl, Michael Lang und Ibrahima Traoré. Das Aufbautraining verläuft allerdings planmäßig. Lang und Traoré werden in absehbarer Zeit auch wieder zur Mannschaft stoßen. Matthias Ginter steht im 23-köpfigen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Joachim Löw hat am heutigen Mittwoch den Kader für die beiden kommenden Länderspiele gegen Frankreich und Peru bekannt gegeben. Louis-Jordan Bayer steht erstmals im Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft. Die junge DFB-Elf spielt gegen die Schweiz und die Slowakei. In der zweiten Runde des DFB-Pokals spielen die Fohlen wieder im Borussia-Park gegen Bayer Leverkusen. Das Spiel findet am 30. oder am 31. Oktober statt. Gerade erst konnte das Bundesliga-Auftaktspiel gegen Leverkusen 2 zu 0 gewonnen werden. Für Florian Neuhaus war es das erste Bundesligaspiel im Dress der Fohlen. Von den Fans wurde er gleich zum Spieler des Spiels gewählt. Ich habe mich wahnsinnig auf das Spiel gefreut und wenn ich es mir hätte ausmalen können, dann wäre es glaube ich so gewesen. Das war für uns unglaublich wichtig, hier mit einem Heimsieg zu starten und das ist uns gelungen. Deswegen sind wir einfach jetzt richtig glücklich. Jonas Hofmann schoss sein erstes Bundesliga-Tor für die Fohlen. Ein verwandelter Elfmeter, der dank Neuhaus zustande kam. Raphael und Fabian Johnson hatten beide große Anteile am zweiten Treffer. Das war unglaublich. Ich glaube, Jonas hat den Ball, sieht mich dann in der Lücke. Ich spiele zu Raphael und dann haben die zwei das kurz alleine gemacht. Die haben kurz die Abwehrschwindigkeit gespielt. Das zeigt einfach die Qualität, die wir haben. Borussia wird die erste Länderspielpause der neuen Saison zu einem Testspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum nutzen. Die Partie wird am Donnerstag, den 6. September um 18.30 Uhr im Stadion des SC Willingen ausgetragen. Das Freundschaftsspiel findet mit Unterstützung von Borussias Ärmelsponsor, der H-Hotels AG, statt. Fohlen TV zeigt das Testspiel natürlich live. Im Rahmen der deutschlandweiten Kundenbefragung der unabhängigen Analysegesellschaft Service Value zum Thema familienfreundliche Unternehmen ist Borussia bereits zum sechsten Mal in Folge zum familienfreundlichsten Bundesliga-Club gekürt worden. Insgesamt wurden bei der Online-Befragung diesmal 477 Unternehmen aus 64 verschiedenen Branchen auf den Prüfstand gestellt und dabei weit mehr als 40.000 Kundenurteile berücksichtigt. Borussias U17 und U19 konnten am vergangenen Wochenende hohe Siege einfahren. Alle Tore seht ihr auf Fohlen TV. Am Samstag um 14 Uhr spielt Borussias U23 gegen den Wuppertaler SV. Ebenfalls am Samstag spielt die U17 um 15 Uhr beim VfL Bochum. Alle Termine findet ihr wie immer auch auf Borussias Homepage.